Musik Ich mache sehr viel Wahlkampf in Hannover, in den Stadtteilen, in Dören, Linden, in der Nordstadt, in der Südstadt, in Riecklingen. Und ich finde, es gibt überall sehr gute Stimmung. Wir sind so viele Mitglieder in Hannover wie nie. Wir sind so aktiv wie nie. Wir haben so viel Material, so viele Plakate wie nie. Und es gibt eine sehr optimistische Stimmung, weil wir wissen, es geht um viel bei der Kommunalwahl und bei der Bundestagswahl. Wir wollen dafür sorgen, dass es jetzt endlich Klimaschutz gibt, dass wir für soziale Gerechtigkeit einstehen, dass wir nicht so ein Weiter-so haben von Union und SPD. Ich finde, es gibt sehr viele aufgeschlossene Gespräche mit den Menschen auch hier in Dören, auf dem Markt. Viele haben Blumen angenommen, sind in Gespräche gekommen, haben auch Fragen zu uns. Aber es ist eine sehr freundliche, positive Stimmung. Viele haben auch gesagt, sie haben schon gewählt, haben Grüne gewählt. Das motiviert nochmal zusätzlich. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020